Alle Menschen werden in Ewigkeit leben, existieren, als ganzheitlicher Mensch mit Körper, Geist und Seele. Die einen in der Gegenwart Gottes, in der Gemeinschaft mit Gott, die anderen getrennt von ihm in der Gottesferne. Dafür wird Gott alle Körper aller Menschen auferwecken. Die einen Gläubigen werden einen Körper bekommen, der gemacht ist für die Gegenwart Gottes, für den Himmel. Die anderen werden einen Leib, einen Körper bekommen, der gemacht ist für die Gottesferne, für die Hölle. Deshalb wird es zwei Hauptereignisse geben der Auferstehung. Die sogenannte erste Auferstehung am Tag der Entrückung. Da werden alle Körper aller Gläubigen auferweckt, bereits mit einem Auferstehungskörper auferweckt. Und tausend Jahre später die zweite Auferstehung. Da wird der Körper aller Ungläubigen auferweckt und sie bekommen einen Körper, der gemacht ist für die Hölle. Wie wird der Körper sein der Gläubigen? Erstens Gleichheit. Er wird gleich sein wie der Auferstehungskörper von Jesus Christus. Der Auferstehungsleib Christi ist ein Vorbild für diesen neuen Auferstehungskörper. Wir werden gleich sein wie er in Bezug auf unsere Körperlichkeit. Zweitens. Es ist tatsächlich ein Körper. Wir werden keine Geist- oder Luftwesen sein, sondern es wird ein substanzieller, materieller Körper sein. Nicht aus Fleisch und Blut, aber aus Fleisch und Gebein. Dieser Körper wird aber nicht den physikalischen Gesetzen dieser Welt unterworfen sein. Ein Vorbild ist, wie gesagt, der Leib-Auferstehungskörper Christi. Drittens. Es wird ein geistiger Körper sein, der eben gemacht ist für den Himmel. Dieser Körper ist von der Erde und für die Erde gemacht. Der geistige Körper ist gemacht im Bild des Himmlischen für die himmlische Welt oder beziehungsweise für die neue Erde. Und viertens. Er wird geschlechtslos sein. Denn es heißt, wir werden sein wie die Engel. Das bezieht sich auf die Geschlechtslosigkeit. Es gibt noch drei weitere Merkmale der Auferstehung. Und entsprechend dieser Merkmale können wir auch Merkmale des Auferstehungskörpers ableiten. Erstens. Er wird geprägt sein von Unverweslichkeit. Das heißt hier in dem Fall von Unvergänglichkeit. Dieser Körper wird unvergänglich sein. Zweitens. Er wird unsterblich sein. Er wird mit dem körperlichen Tod, der durch die Sünde kam, nie wieder was zu tun haben. Und drittens. Er wird herrlich sein, die göttliche Herrlichkeit in sich tragen. Und er wird auch die Kraft Gottes geprägt sein von der Kraft Gottes. So wird der Auferstehungskörper sein der Gläubigen. Der Auferstehungskörper der Ungläubigen, darüber wird gar nicht viel berichtet. Denn das ist irrelevant. Der Auferstehungskörper ist relevant.